Hallo miteinander, hier ist wieder euer Wettermelder. Im heutigen Video rückt ganz klar der Sonntagabend in den Mittelpunkt. Was die Wettermodelle derzeit simulieren, sieht ziemlich übel aus. Orkanartige Böen bis rund 110 km pro Stunde. Der Zufall heißt kräftiger Regen. Auch tagsüber kann es immer wieder mal nass werden und es gibt schon schwere Sturmböen bis rund 90 km pro Stunde. Die Spitzentemperatur reicht am Sonntag maximal 6 Grad. Dagegen wird der Samstag ziemlich entspannt und nur ruhig. Es wechselt sich viele Wolken und ein bisschen Sonne ab. Ganz vereinzelt kann sich auch mal der ein oder andere kurze Regen oder Schneeschauer bilden. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei rund 500 bis 600 Meter. Der Wind spielt nur keine große Rolle. Das ist praktisch die Ruhe vor dem Sturm beziehungsweise den Orkanartigen Böen. Die Höchsttemperatur reicht maximal 5 Grad am Samstag. Schönes Wochenende, kommt gut durchs Wochenende und passt am Sonntag gut auf euch auf.